Mein Name ist Adrian und vermutlich würdest du nicht erwarten, dass dieses Video hier mit einer Webcam aufgezeichnet worden ist. Aber es ist der Fall. Es ist die Insta360 Link. Meiner Meinung nach die aktuell beste Webcam auf dem Markt. Und in diesem Video möchte ich dir neben der Bildqualität, von der du dir jetzt eben schon einen Eindruck machen kannst, die diversen Features aufzeigen, die diese Webcam hier besonders machen. Und das zweite Feature neben der Bildqualität ist eben der Gimbal. Denn die Kamera ist auf einem Gimbal gelagert und damit wird ein Tracking möglich, dass die Kamera dich automatisch verfolgen kann. Das heißt, ich präsentiere das jetzt einfach mal hier mit der Geste. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ich kann hier mit einer Geste Hand hochhalten, das Tracking starten und jetzt kann ich mich hier im Raum bewegen und die Kamera folgt mir. Ich kann jetzt hier rüber gehen, immer weiter weg. Wir sehen jetzt auch schon das KI-Zoom-Feature. Das heißt, die Kamera zoomt jetzt eben hier auch in das Bild rein und ich kann hier auch wirklich aufstehen und mich bewegen. Ich habe es jetzt so eingestellt, dass sie mir langsam folgt. Das kann man auch schneller machen. Und ich habe es so eingestellt, dass sie mich hier in diesem Bildausschnitt halten soll. Man könnte dann beispielsweise auch Ganzkörper auswählen, wenn ich jetzt beispielsweise als Fitnesstrainer oder so diese Webcam hier nutzen möchte. Und so folgt mir jetzt eben diese Kamera. Und das sind zwei Aspekte. Das eine ist eben das KI-Feature, dass wir hier einen automatischen Zoom haben. Und das andere ist eben, dass ich im Bild erkannt werde und eben die Kamera mitgeführt wird in einer Geschwindigkeit, die ich hier einstellen kann. Und ein weiterer Aspekt ist, dass dieses Feature eben durch unterschiedlichste Situationen gestartet werden kann. Ich kann es starten durch die Geste, starten und stoppen, genauso wie ich es jetzt eben stoppen kann in dieser Situation. Aber ich habe beispielsweise auch die Möglichkeit, das Ganze durch ein Tippen auf die Webcam zu starten. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach vorne auf die Webcam drauf tippen. Das startet sofort. Ich brauche gar keine Software offen haben, sonst irgendwas. Ich kann auch die Gesten ausgeschaltet lassen. Manchmal ist es nämlich so, dass die Gesten dann aus Versehen erkannt werden. So ein Tippen auf die Webcam, das macht man nicht aus Versehen. Dementsprechend ist jetzt quasi das Tracking aktiv. Und wenn ich jetzt nochmal auf die Webcam tippe, dann blinkt das wieder blau als Bestätigung. Und jetzt ist die Webcam mit ihrem Tracking eben nicht aktiv. Und das sind eigentlich so die KI-Features, die eigentlich in dieser Webcam besonders gut sind. Auch die Belichtung funktioniert ziemlich gut. Aber es funktioniert natürlich nicht immer. Und wenn man jetzt ganz spezifische Situationen hat, wo man sagt, ich habe eigentlich in meinem Raum eine Stelle, da ist ein Flipchart. Ich habe eine Stelle, da sitze ich normalerweise immer. Und ich habe eine Stelle, da will ich immer mal hinfilmen, weil ich beispielsweise in meiner Videokonferenz immer mal meinen Ausblick zeigen möchte. Zum Beispiel von meinem Büro aus dem Fenster rausfilmen möchte. Es gibt diverseste Situationen, wo ich dann eben feste Presets hinterlegen kann. Hier kann ich bis zu sechs feste Presets hinterlegen. Man sieht es jetzt hier bei mir auch. Das heißt, ich kann jetzt hier eben hingehen und sagen, Position 1, einmal quasi die Kamera auf diese Position bringen, dann hier abspeichern, Position 2, 3, 4, 5, 6. Und wenn die Position jetzt festgelegt ist, kann ich auch mit einem Sekundärklick hingehen und die Position beispielsweise auch benennen in beispielsweise Flipchart. Und ich habe die Möglichkeit, die Position auch zu aktualisieren. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise meinen Flipchart ein bisschen anders im Raum positioniert habe, kann ich sie hiermit dann auch aktualisieren. Und die aktuelle Einstellung des Gimbals eben übernehmen in diese Positionseinstellung hier. Natürlich kann ich hier auch die Kamera manuell bewegen, rechts, links, hin und her fahren, um dann eben auf die entsprechenden Positionen zu kommen. Das ist aber meiner Meinung nach nicht ganz so praktikabel, hier mit der Maus irgendwie auf diese Teile zu tippen, dann den Zoom zu ziehen und so weiter. Und dementsprechend freue ich mich, dass jetzt seit kurzem ein Update für diese Kamera da ist, wo ich die Möglichkeit dann eben auch habe, das Ganze mit Tastatur Kurzbefehlen zu machen. Das heißt, wir finden jetzt hier oben rechts in der Software eine Übersicht mit Tastenkürzeln. Und hier können wir durchgehen und sehen eben die unterschiedlichsten Tastenkürzel. Beispielsweise sehen wir jetzt hier Option 1 für voreingestellte Position 1. Das heißt, wenn ich jetzt auf der Tastatur Option 1 wähle, dann geht die Kamera auf meine Position 1, Option 2 geht sie auf meine Position 2, Position 3 ist beispielsweise jetzt bei mir kein Fenster, sondern die Kamera, mit der ich gerade aufzeichne. Und so haben wir jetzt hier eben unterschiedliche Settings, die ich voreinstellen kann und auf diese Positionen fahren kann. Es gibt auch die Tastenkürzel für beispielsweise rechts, links und runter für den Gimbal. Das heißt, ich kann den Gimbal auch entsprechend steuern mit deren Tastenkombination. Und das bedeutet, dass ich eben nicht nur das mit der normalen Maus und Tastatur steuern kann, sondern dass ich es eben auch beispielsweise mit einem Stream Deck steuern kann. Und auch auf dem Stream Deck kann ich mir jetzt diese Positionen ablegen, die Pfeile ablegen, um es zu steuern, eine Position oder eine Funktion speichern, um das Tracking zu starten und zu stoppen. Und so habe ich eigentlich eine richtige PTZ-Kamera ganz einfach integriert in mein Videoconferencing-Setup. Die Software heißt übrigens Insta360 Link Controller und in dieser Software kann man nicht nur den Gimbal und das Tracking konfigurieren, sondern auch Bildeinstellungen vornehmen. Und das ist ein weiteres Feature, das ich an dieser Kamera wirklich sehr, sehr schätze. Wir gehen mal hier in den Reiter Bildeinstellungen rein und dann sehen wir, dass wir hier sehr viele Einstellungsmöglichkeiten haben. Zum einen haben wir die Belichtung, die an sich wirklich gut funktioniert, aber vielleicht ist es manchmal so, dass die Belichtung etwas zu dunkel interpretiert, etwas zu hell interpretiert. Und da haben wir jetzt die Möglichkeit, eine Korrektur vorzunehmen und das Bild hier einfach ein bisschen dunkler oder ein bisschen heller zu machen. Das ist manchmal auch ein bisschen Geschmackssache. So kann man das jetzt hier für sich individuell einstellen. Aber ich habe auch die Möglichkeit, auf die Automatik gänzlich zu verzichten. Dafür kann ich die Belichtungsautomatik einfach ausschalten und kann jetzt hier den ISO, also die Sensorempfindlichkeit der Kamera individuell einstellen. Unten drunter wird jetzt hier Blende angezeigt. Vielleicht ist es im neuen Firmware-Update dann korrigiert, weil es ist nicht die Blende, es ist die Belichtungszeit bzw. der Shutter Speed, der hier eingestellt werden kann. Standardmäßig ist es hier auf ein Fünfzigstel. Das ist auch ganz gut, damit es beispielsweise im Hintergrund eine Lampe nicht flackert oder so. Wir können hier aber auch beispielsweise auf ein Sechzigstel wechseln. Das kann man individuell jetzt hier einstellen. Ich mache mal die automatische Belichtung wieder an. Für mich funktioniert die eigentlich ziemlich gut in vielen Situationen. Und jetzt können wir hier auch nochmal auf den Weißabgleich eingehen. Hier kann ich beispielsweise sagen, das Bild ist mir ein bisschen zu warm oder ein bisschen zu kalt. Das heißt, hier kann ich auch nochmal mit der Farbtemperatur entsprechend arbeiten. Wir tänzeln hier in der Regel um die 5000 Kelvin herum. Ansonsten, wenn man hier jetzt in die Extreme gehen würde, wird es wirklich sehr viel zu warm oder sehr viel zu kalt. Und wir haben hier eben noch Möglichkeiten, Helligkeit, Kontrast, Sättigung und Schärfe einzugeben. Da muss man ein bisschen schauen, was einem selbst da am liebsten ist. Ich mache es meistens hier so, dass ich einfach mal eine Aufzeichnung mache und dann einfach dazu sage, was sind hier für Einstellungen gerade drin. Das heißt, ich gehe beispielsweise auf ein Recording und sage dann mal Sättigung 50, Sättigung 60, Sättigung 70, Sättigung 90. Und dann schaue ich mir das Video danach an und sage, was gefällt mir denn eigentlich hier am besten. So kannst du das für dein Setup auch vornehmen. Hängt nämlich auch sehr stark davon ab. Was trägst du beispielsweise für eine Farbe? Was hast du im Hintergrund für Farben? Wie intensiv kommen die dann entsprechend rüber? Da probierst du einfach mal ein bisschen für dich aus. Falls du das Gefühl hast, dein Bild hat nicht genug Dynamikumfang hier in diesen Einstellungen, gibt es noch ein weiteres Feature. Und dieses Feature ist der HDR-Modus. Und den finde ich bei dieser Kamera auch sehr spannend. Wir können hier jetzt einfach in die erweiterten Einstellungen gehen und uns den HDR-Modus mal in meinem Setup hier anschauen. Das ist der HDR-Modus. Den kann ich einfach anschalten und dann bekomme ich einen größeren Dynamikumfang abgebildet. Das kann gut aussehen, muss es nicht unbedingt. Hängt so ein bisschen auch vom Setup ab. Und dementsprechend kannst du es einfach mal ausprobieren. HDR-Modus an, HDR-Modus aus. Was gefällt dir hier in dem Fall besser? Zusätzlich zum HDR-Modus gibt es noch einen zweiten Modus, den ich sehr cool finde. Und das ist der Privacy-Mode. Und zwar kann ich jetzt mal hier das Recording stoppen von der Kamera und die Kamera mal ausschalten. Und nach zehn Sekunden ist es so, dass diese Kamera sich mit dem Gimbal nach unten schwenkt. Und damit habe ich kein Bedürfnis mehr, die Kamera irgendwie abzukleben oder sie wegzustellen oder so. Sondern zack, jetzt ist sie eben in diesem Privacy-Mode. Und wenn ich sie wieder aufwache, sozusagen wieder anfordere, dann kommt sie eben entsprechend wieder. Das heißt, der Gimbal dreht die Kameraoptik weg. Und dementsprechend fühle ich mich nicht beobachtet. Muss die Kamera nicht ausstecken oder muss die Kamera nicht abdecken oder sonst irgendwas, um mich hier eben nicht beobachtet zu fühlen. Die Insta360 Link lässt sich wie viele andere Webcams auch oben auf dem Monitor ganz einfach montieren. Man hat aber auch auf der Unterseite ein 1,25 Zoll Gewinde. Das ist typisch für beispielsweise Fotostative. Damit habe ich die Flexibilität, diese Webcam fest zu montieren, so wie jetzt hier beispielsweise bei mir am Schreibtisch. Das ist vor allem dann nützlich, wenn ich unterschiedliche Positionen mir wirklich fest abspeichern möchte. Weil diese Positionen bleiben ja nur dann gleich, wenn auch die Kamera an der gleichen Position bleibt. Und dementsprechend ist es dann hilfreich, so wie ich hier in meinem Setup, die Kamera fest zu montieren. Ein weiteres Feature, das ich wirklich gut finde bei dieser Kamera, ist die mitgelieferte Software, vor allem in Bezug auf die Recording-Funktion. Schauen wir uns das mal an. Ich habe alle Videos, die ich jetzt hier bisher integriert habe, mit dieser Software hier aufgezeichnet. Und die Software bietet mir hier eben auch die 4K-Aufzeichnung an. Ich gehe hier einfach auf Record. Ich kann dann den Speicherort wählen und die Datei ist einfach da. Das heißt, diese Software funktioniert super einfach und ich kann eben hier alle Einstellungen vornehmen und gleichzeitig auch das Recording starten. Dementsprechend finde ich, ist diese Software auf jeden Fall auch nochmal ein Pluspunkt für die Insta360 Link. Ich denke, du kannst jetzt verstehen, warum ich so begeistert bin von der Insta360 Link. Den Link zu Insta360 Link findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Genauso wie den Link zu unserer Fullfilm-Online-Akademie. Da findest du Videokurse rund um das Thema Videoconferencing und wie du deine Videoqualität verbessern kannst und Videos besser für dich nutzen kannst. Wenn ich dir mit diesem Video hier weiterhelfen konnte, dann lass gerne eine positive Bewertung da. Falls du noch Fragen zur Kamera hast, pack sie in die Kommentare und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao. Immer in der gleichen Größe im Bild.